Herzlich Willkommen hier zu einem neuen Video. Als allererstes am Anfang, ich bin jetzt offizieller Discord Partner. Wir können darauf zusammen kommunizieren, zocken, alles mögliche machen. Das ist eine Produktplatzierung. Der Discord Link, mein offizieller Discord Server, ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr schnacken wollt, wenn ihr zocken wollt, kommt einfach drauf. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Es ist super easy zu benutzen. Ich benutze es tausendmal lieber als Teamspeak, sonst würde ich dafür keine Werbung machen. Wir werden ein ganz kurzes Statement hier zu meinem letzten Video, wo ich gesagt habe, Clash Royale dreht er jetzt völlig durch. Nein, ich war gestern Nacht tatsächlich noch wach und wollte noch irgendwie ein Video machen. Und habe mich dann einfach dazu entschieden, einfach mal so komplett abzuspacken. Und einfach lustige Clips aus meinen letzten anderthalb Jahren Streaming da reinzupacken. Weil ich wollte nicht wirklich wieder eine Tilted Tower Runde machen. Nicht auf die LMG eingehen. Nicht eine Analyse machen, sondern ich brauche ein bisschen was Neues in Fortnite. Also mein Hunger, der ist groß auf eine neue Map oder auf irgendein neues Gebiet. Ich will kein C4 haben, was dann unnötig wieder Platz verbraucht, was man sowieso nicht mitnimmt. Und ich weiß nicht, es wird Zeit. Es wird Zeit für Season 4 und dass da was passiert. Meiner Meinung nach könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es euch ähnlich geht. Und jetzt gucken wir uns mal ein paar geile Momente von coolen Streamern aus Fortnite an. Vielen, vielen Dank für jeden Daumen nach oben, jedes Kommentar. Und heute gibt es noch einen Stream mit Fortnite und God of War. Ich freue mich auf jeden einzelnen später im Stream reingehauen. So, ich habe mich dazu entschieden, dass wir Ninja Fortnite The Best Moments 1 angucken. Das Ding hat 4,5 Millionen Klicks, 36.000 Likes. Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Ich bin gespannt, was wir sehen werden. Abfahrt. So. Ah, den Clip kenne ich. Er holt noch alle. Das war der erste Sniper-Modus. Da war ja doch der Revolver mit drin. Guck jetzt. Oh mein Gott! Ein HP. Ja. Ah. Ah. Oh Later sock man 14. Yeah real nice name. Hey, I'm gonna do what everyone else does I Look dude, someone record this Someone clip this, please. I just want to show everyone How much this game can improve Mmm Drink the jug man. Just drink it. Drink the jug. Drink it. Drink the jug man. No drink the jug. Let's dance together baby. Yeah. Okay. Okay. And one and two and three. Now drink the jug dude. What the fuck man. You're not. You're not. I need you to drink it man. Der Gegner. Is komplett geistesknack. Der ist komplett geistesknack der Gegner Drink the jug dude I have 15 kills though, so I can turn this into a high kill game for me to do Nein Ah Oh Get break Get off me Get off me You're on me get off me I just use metal What the fuck am I doing? What am I doing? My brain Die Falle Oh mein Gott, 268m? Schöne Headshot. Ich sehe ihn. Schön. Das mit dem Fenster bauen ist halt so stark in manchen Situationen. Oh! 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 Oh, schön. hei hei heihei hei hei hyeah ja BAM ist er hat den kill nicht bekommen der headshot das habe ich gesehen ja da habe ich gesehen und zusammen 40 kills gemacht und du sick okay jump gott am i right gott am i right running i'll take care of him he's going for the fucking ha oh 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 ha 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 tilt the tower wie man es kennt tilt the tower wie man es kennt krank okay what do you do when you do not know the way and you find two people who also do not know the way you make one do the disco and then you make his best friend do the disco while you dab on him let him know you're a ninja build a wall shoot a rocket and then finish him oh shit so HA 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 gull you see that lightning glider soaring an MUTEY & Beautiful this player is going to try to put those bandits down not do medkit but unfortunately ninja gonna come in hot with that boogie bomb see the player Er ist so geil. Auch so ein guter Entertainer. Wie er das halt verbindet so. Das Entertainment mit dem Skill so. Das ist halt so geil. Der Hype ist halt so berechtigt. Er macht es halt wirklich gut. Boah, hat der den No-Scope noch getroffen. Dann wär er aber. Du wißt du, was mein Lieblings-Double-Pump ist? Wie ist es? 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 Ich denke, die 500-Bits und sage, 22-Games, so viel Respekt von Spanien, Bro. Das ist gut. Ich habe deine Gameplay gesehen, Bro. Du bist verrückt. Oh mein Gott! Ja. Wunderschön. Jeff Strubbel hat auch mal so einen Kill gemacht. Die Boogie-Bomb noch grün. Der Disco! Es ist ein Panik in der Disco! Oh mein Gott! Oh shit! Halt auf. Dab auf. Alright. Bam! Geil. Ähm. Wir haben uns heute Ninja angeguckt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wen ich mir noch angucken soll. Kann auch ein kleiner Streamer sein. Äh, kann auch ein kleiner YouTuber sein. Ist völlig egal. Einfach mal den Namen unten reinschreiben. Äh, ich freue mich. Und, äh, gleich geht das Stream an.